Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FIFA 23 Juventus Turin Karriere. Heute geht's rein in ein echtes Spitzenspiel. Wir spielen zu Hause gegen AC Milan. Ein Team, welches uns in der letzten Saison schon häufig vor Herausforderungen gestellt hat. Und in diese Saison sind sie auch ganz gut reingekommen, denn genauso wie wir haben sie noch kein Spiel verloren. Allerdings haben sie einmal mehr unentschieden gespielt, als wir gewonnen haben. Entsprechend sind wir zwei Punkte vorne. Aber das kann sich nach diesem Spiel auf ultimativ natürlich schon ändern. Lasst doch gerne heute wieder einen Daumen hoch um, wenn ihr das Ganze hier supporten wollt. Ein kostenloses Abo, um nichts mehr an Sachen FIFA 23 und bald auch F1 23 zu verpassen. Und wir gucken jetzt auf unsere Startformation. Costa am Tor, Danilo, Marte, Bendica, Bar, Kostec über die Schiene, Locatelli, Pogba im Zentrum, Chiesa, Dybala, Vlauvić vorne. Ja, das Beste vom Besten steht hier heute so ziemlich auf dem Platz. Das ist schon nicht so verkehrt, muss man ja ganz ehrlich sagen, was wir hier aufbieten können. Aber auch die Mannschaft von Milan, die ist richtig gut. Unter anderem einfach mit Marco Reus. Sehr, sehr wild. Ja, ansonsten natürlich Mignon im Tor. Das ist schon mal auf jeden Fall ein super Rückhalter. Eine Viererkette mit Gaia, Tomori, Kimpempe und Hernandez. Rice, Tonali, Reus und dann Leao, Salamakas und dann Juma. Also das ist schon wirklich böse. Und damit starten wir jetzt rein. Es wird auf jeden Fall keine leichte Partie. Mal gucken, was wir in dieser Folge noch spielen. Haben einige Spiele in der Champions League vor der Brust. Einige auch in der Liga. Werden ja, einiges heute schnell simulieren. Aber auf jeden Fall auch noch in ein zweites, selbstgezocktes Spiel reingehen. Erste Gelegenheit gehört Milan. Setzen sich um unseren 16er fest. Wir kommen nicht richtig in die Zweikämpfe. Dann ist es stark gemacht. Von Kostic. Ja, dann aber ganz, ganz schlecht. Von Chiesa und dann Juma. Sag ich schon. Vlauvić, der jetzt auch hier den Ball wieder nicht festmachen kann. Ja, die ersten Minuten gehören Milan. Richtig, dann Juma probiert Leao in Szene zu setzen. Aber dessen Landsmann Diogo Costa, der ja schon mal richtig, richtig gut reingestautet ist bei uns. Ist auch hier wieder wachsam und ja, entschärft das Ganze. Die Baller, geiler Ball, Federico Chiesa und Magnon. Der erste richtige Abschluss gehört da bei uns. Erste Ecke, Kostic und ja, 1-0. Paul Pogba. Wunderbar. Vlauvić mit dem Kopfball. Vollklasse noch pariert von Magnon. Aber dann steht Paul Pogba. Gold richtig. Muss nur noch einschieben. Das macht er dann auch. Ja, Bremer heute nur auf der Bank. Da muss halt Vlauvić nach den, ja, die Ecken verwerten. Das macht er gut. Magnon kann ihn, ja, nur vor die Füße von Pogba klären. Und der dann mit einer ganz leichten Aufgabe. Boah, Wahnsinn, was ein Ausgleich. Ja, der geht also erstmal natürlich auf die Technik von Leao. Und vor allem auf unsere Kommunikation da in der letzten Kette. Das kann ja nicht sein. Das kann ja wirklich nicht sein. Kommt so ein Ball hier, so ein Querschläger. Und dann Pogba geht nicht hin, weil Diogo Costa erst die Meter raus macht. Dann rennt er, ja, ist er sich nicht sicher. Ja, Pogba geht aber auch nicht richtig hin, weil er denkt, der Torwart kommt. Und dann macht Leao das halt einfach Weltklasse unfassbar schön. Aber halt eine riesen, ja, Misskommunikation. Tuvala zieht mal wieder einige auf sich. Kostic und aus der Distanz Pogba. Tuvala zieht in die Mitte. Magnon kann ihn nicht festhalten. Boah, geil gespielt. Geil gespielt und nicht finalisiert. Pogba, schönes Drittling. Ganz schönes Direktspiel. Ja, und auch die Baller setzt sich in letzter Linie durch. Aber der Ball kommt halt nicht aufs Tor. So, eine Minute Nachspielzeit noch. Und Chiesa nochmal unterwegs. Kostic, kommen wir nochmal zu einer Abschlussgelegenheit. Kostic, springt die nochmal gut rein für Pogba. Und das ist das 2-1. Jetzt hat Blauwitz sein Tor. Boah, Pogba mit dem zweiten Scorer. Schön in die Mitte reingelaufen vom Franzosen, muss man sagen. Dadurch dort die Überzeige schaffen, das konnten sie nicht verteidigen. Das war nicht verkehrt. Das war nicht verkehrt. Hier seht ihr es, ne? Da ist dann Tomori, ja, in der Zwickmühle. Wen soll er decken? Pogba kriegt da nicht hin. Und der kriegt dann auch noch den Querpass perfekt rüber zu Blauwitz. Er muss nur noch den Fuß hinhalten. Und so gehen wir jetzt in eine Pausenführung. Ja, erste Chance im Durchgang 2. Gerd Milan, Riesentat von Costa. Holt er den noch raus. Und die anschließende Ecke. Eine Sache für Marco Reus. Vielleicht kriegen wir die ja möglichst schnell verteidigt. Das sieht gut aus. Ja, das Tanchos. Riesentat von Costa nicht so ganz sicher. Aber ja, ja, die Verteidiger sind da. Das sieht, glaube ich, rot, oder? Das sehen wir hier. Ne, gelb, okay. Das hatte ich schon kurz, weil er direkt abgefiffen hat. Ich glaube, aber der Ball wäre nicht bei uns gelandet. Deshalb hat er direkt abgefiffen. Gelbe Karte für Gaia nach dem, ja, absolut harten Foul an Kiesa. Dybala, Dybala, Kiesa, Blauwitz. Aha, da verspringt beiden der Ball. Kostic. Wieder ein Ball für Blauwitz. Kim Pembe gerade noch davor. Oh, Danilo bleibt verletzt liegen. Das ist sehr, sehr unschön. Milan wechselt ein erstes Mal. Nevis für Reis. Ja, auch wir reagieren ein erstes Mal. Das Ganze gezwungenermaßen. Denn bei Danilo will ich nun wirklich kein Risiko eingehen. Benjamin Pavard kommt rein. Da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Der Franzose wird ihn sehr, sehr gut ersetzen können. Aber Danilo, vor allem, weil er unser Kapitän ist, wäre natürlich super bitter, den jetzt für eine längere Zeit zu verlieren. So hat Paul Pogba jetzt die Binde übernommen und probiert es mal mit links aus der Distanz. Die Partie ist natürlich noch nicht entschieden. Also wir haben noch 15 Minuten zu gehen. Wir führen nur mit einem Tor. Ja, dass Milan auch mal über den besonderen Moment mit Vlauvić, äh, mit Vlauvić, mit Leao oder dann Juma auch mal kommen kann. Ne, das ist auch klar. Aber natürlich, die gehen jetzt hinten auch ein Risiko. Und Bar hat jetzt hier eine große Gelegenheit, das auszunutzen. Das machen wir aber schlecht. Boah, Fehler jetzt hier aber. Auch wieder auf Seiten von Milan. Pogba, Pogba, Vlauvić. Abseits. Ja, es war noch mal frischen Wind für die letzten 10 Minuten. Mois, Ken und Rovella für Pogba und Vlauvić. Boah, guter Ball in die Tiefe. Und da wäre jetzt noch mal die Gelegenheit für Milan. Ein dicker verpennt das dann so ein bisschen. Aber da haben wir Glück. Und noch mal kommt der Anlauf. Und der ist sehr gefährlich. Weg damit. Mois, Ken. Geiler Ball für Bar. Jetzt aber. Warum kommt Kieser denn so nach ran? Der muss doch hier Raum schaffen. Jetzt hat er den Raum. Oh, und den lässt er noch liegen. So, letzten zwei Wechsel. Marte Braus. Bremer rein. Kieser raus. Raffa rein. Ecke kostet jetzt vielleicht die Entscheidung. Nein, denn Mois, Ken kann sich auch nicht durchsetzen. Im Kopfball-Duellen. Und so haben sie jetzt hier vielleicht wirklich noch mal die Chance. Aber stark gemacht von Rovella. So, dann wird es jetzt noch mal hier eine gelbe Karte geben. Ähm, für Rebic. So sieht es aus. Bringt uns vor allem Zeit. Die ich sehr, sehr gerne mitnehme. Jetzt hier in der 90. Minute. Rovella. Und der kann jetzt eigentlich auch hier Richtung Eckfahne gehen. Die wird auch überhaupt nicht angegriffen dort. Also, wir lassen uns den Sieg jetzt nicht mehr nehmen. Alter, da schenken wir ihnen noch mal so einen, ja, Einwurf her. Haben sie noch mal die Gelegenheit, den Ball weit nach vorne zu spielen. Aber der Ball muss halt jetzt auch kommen. So, jetzt ist an unserer Hälfte das schon mal schlecht, um ehrlich zu sein. Aber Pavard ist da. Und dann haben wir die Pille. Und dann ist Schluss. Wichtiger Sieg. Wir bleiben ungeschlagen. Milan verliert zum ersten Mal in der Saison. Wir bleiben damit auch Tabellenführer. Und ja, ein super Start in die Folge. Ein Sieg, der so auch in Ordnung geht. 10 zu 5 Torschüsse. Also, das passt. Oh, aber hier sehe ich eine richtig bittere Nachricht. Vier Wochen überdehntes Knie. Das ist ja bitter. Müssen wir einfach auf Danilo jetzt verzichten. Ja, das tut weh. Das tut echt weh. Wir gucken mal auf den Kalender für diese Folge. Sehr, sehr schöner Monat September übrigens. Ja, wir haben Champions League. Wir haben Liga, Liga, Champions League, Liga, Liga. Ich hatte überlegt, dass wir vielleicht gegen Lazio Rom nochmal zum Ende der Folge spielen. Und nächste Folge starten wir dann rein gegen Inter Mailand. Wird auch sehr nice. Aktuell sieht es in der Liga Tabelle übrigens so aus. Milan und Sassuolo Calcio sind unsere ersten Verfolger. Dann die Roma. Ja, AC Milan jetzt etwas weg. Ja, Hellas Verona noch dazwischen tatsächlich. Ja, und Lazio dann leider gar nicht gut dabei. Die sind einfach nur 15. Wir haben jetzt erstmal die Jugendmannschaft hier vor der Burst. Einmal schnell durchgeschaut. Und dann natürlich nochmal geguckt, ob es neue Megatalente gibt. Hier aus Italien. Würde mich ja sehr freuen, wenn wir da nochmal jemanden rausfischen würden. Aber ja, irgendwie italienische Talente? Hm, schwer. So, Pavard würde gerne Danilo ersetzen. Ich denke, das ist die logische Konsequenz. Ohnehin gibt es einige Rotationen für die anstehenden Partien der Champions League gegen die Young Boys aus Bern. Auswärts sind wir in der Schweiz zu Gast und wollen die nächsten drei Punkte einfahren. Es ist aber nur ein Punkt, denn Elia gleicht spät aus. De Schille und Solé treffen zwar, aber ja, es reicht nur für ein Unentschieden. Noch dazu ist Bremer jetzt in der Champions League für das nächste Spiel gegen die Feyenoord. Aufgrund zu vieler gelber Karten gesperrt. Das ist auch nicht so schön. Immerhin in der Liga ist Bremer wieder zur Stelle. Gegen Genua geht es gegen den Zehnten. Eigentlich eine leichte Aufgabe auswärts für unser Team. Und ja, so ganz einfach sah es jetzt nicht aus. Barth trifft und Pogba schon wieder. Also der hat echt einen guten Run. Einfach schon sein viertes Tor aus sechs Spielen. Dazu noch drei Vorlagen. Also der Mann ist richtig am Ballen. Interessantes Angebot. Takefusa, Kubo und 30 Millionen für Mois Ken. Aber wir wollen den sehr, sehr gerne behalten. Und Vlaovic wird im nächsten Spiel wieder stark. Auch für Rafa gibt es ein Angebot. Und klar, jetzt da Dybala verpflichtet wurde, nicht mehr erste Geige in der Offensive. Aber er ist immer noch enorm wichtig. Und guck mal an, das ist doch echt geil. Hier, unser Kapitän wird uns noch in dieser Folge vielleicht sogar wieder zur Verfügung stehen. So, nächstes Spiel steht an. Wer macht den Kapitän für das nächste Spiel? Ich würde sagen Bremer. Es geht rein in der Liga gegen Salernitana. Mannschaft, die im Abstiegskampf wieder mal drinsteckt. Also, muss ein Sieg zu Hause werden. Oh, drei, drei Jungs. Dreierpack Vlaovic. Aber sonst reißen wir gar nichts. Mit diesem Ergebnis zieht Inter Mailand sogar in der Tabelle an und vorbei um einen Punkt. Durch das zweite Unentschieden. Weil sie, ja, sieben Spiele, eine Niederlage. Äh, acht Spiele, sieben Siege, eine Niederlage haben. Und wir jetzt schon zweimal Punkte liegen gelassen haben. Aber spätestens in der nächsten Folge haben wir die Chance, wieder vorbeizuziehen. Ah, sehr cool. Bar kann ich endlich mal zum RM umtrainieren. Der war jetzt ein ganzes Jahr noch RV. Jetzt passt er aber auch sehr gut auf die Schienenposition. Ja, und jetzt gehen wir in die Champions League rein. Ist Danilo schon wieder fit? Ne, noch nicht ganz. Und müssen heute gegen, ähm, ja, die punktgleichen Jungs aus den Niederlanden ran. Das Ganze dürfte keine leichte Aufgabe werden. Schnell Simulation, rein geht es. Und es wird ein 3-1. Ja, nice. Pogba trifft schon wieder und Doppelpack von Dybala. Das erste Mal, dass er zweimal in einem Spiel seit seiner Rückkehr trifft. Nächstes Spiel gegen Bergamo. Das simulieren wir noch. Und dann spielen wir, wie gesagt, gegen Lazio und auch selbst Bergamo. Auch nur Zehnter. Das ist hoffentlich, äh, eine Aufgabe, die man schaffen kann. Wir verlieren sogar. Und dadurch kann Inter jetzt richtig wegziehen, wenn sie parallelen. Parallel gewonnen haben sollten. Gucken wir rauf. Wir haben sie. Vier Punkte ist Inter damit jetzt erstmal weg. Eine Sache, die du dann auch erstmal aufholen musst. Ja, Rafa muss mehr spielen. Ich denke, gegen Lazio, gegen den 15. wird er die Chance bekommen. Paolo Dybala wird uns heute gegen die strauchelnden Römer aus Feld führen. Erst acht Punkte geholt. Gut, bei uns lief es ja zuletzt auch nicht mehr so. Aber, ja, immer noch besser als bei Lazio. Ja, ich bin mal gespannt, ob Lazio wirklich so schlecht ist, wie es in der Tabelle aussieht. Das ist unsere Mannschaft heute ein bunter Mix aus Rotation und Startelf. Costa, Pavard, Bremer, Gatti, Kostic, Bar, Fagioli, Pogba, Rafa, Dybala und Mois kennen auch mal in der Startelf. Und dann gucken wir auch auf die Römer, die heute wie folgt auflaufen. In einem 4-3-3. Maximiano im Tor, Führerkette unter anderem mit Kapitän Romagnoli. Dann ein sehr ordentliches Mittelfeld und die Offensive sieht auch jetzt nicht so aus, als könnte die nichts. Also, ich lasse mich mal überraschen. Dann gehen wir bis an. Nach zwei schlechten Spielen müssen wir eine Reaktion zeigen. Und vor allem auch vor dem Spiel gegen Inter. Dann zum Start der nächsten Folge in vier Tagen. Das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr heiß. Das Abschluss gehört aber Rom. Und der zweite hinterher. Wow, Alter. Wieso standen Diogo Costa so weit vorm Tor? Man erkennt überhaupt keinen Unterschied zwischen dem Trikot von Costa und von den Römern. Also, zumindest nicht aus dem Augenwinkel. Und ich habe es gerade nicht gesehen. Ich dachte eigentlich, da wäre ein Offensivspieler von Rom. Aber das war einfach unser Torwart, der hier unter Dauerbeschuss steht. Was ist denn hier los? Dieser Romarinho, der Mann hier mit dem Afro, die Nummer 14, hat jetzt einfach schon fünfmal aufs Tor geschossen. Es sind keine fünf Minuten gespielt gewesen. Ja, und jetzt kriegt er... Ich möchte nach Hause gehen einfach. Ja, Gott, die kannst du die Hand so oft heben, wie du willst. Was hat das denn? Wer ist dieser Typ hier? Sechsmal durfte der jetzt einfach bei uns aufs Tor schießen. Hat der irgendwie eine Benachteiligung, weshalb wir ihm die Bälle immer vor die Füße schieben müssen oder was? Alter, Gotti. Holy Shit, was war das? Ja, läuft ja mal wieder wie geschmiert. Alter Schwede, ey. Wenn wir das jetzt hier nicht gewinnen, du, dann haben wir ein dickes Problem. Platz für Dybala. Endlich mal ein Abschluss. Daraus resultiert eine Ecke. Auch das eine Sache für den heutigen Kapitän. Und Bremer wartet schon in der Mitte. Jungs, Jungs, was passiert hier? Was passiert hier? Ich dachte, die sind 15. Da. Die spielen uns an die Wand. Alter, wir sind so kacke hinten. Das ist ja unfassbar. Auch am 16er Mois-Ken-Ausgleich. Let's go. Sollte der Ball nicht hin und der Abschluss sah dann auch mehr Glück als wirklich gewollt aus. Aber das Ding einfach reingeprügelt. Und das war jetzt die wichtige Reaktion. Kann ja nicht sein, dass wir hier gegen den 15. zurückliegen. Ja, macht er dann gut Mois-Ken. Da muss er stehen. Pogba. Paul Pogba sucht die Lücke. Pogba. Dybala in guter Position. Oh, der kommt nochmal zurück. Sergio Roberto mit all seiner Erfahrung entscheidet er sich dafür, den Ball nicht ins Aus zur Ecke oder er hätte ihn ins Seitenaus auch schlagen können. Hier. Sondern hält ihn im Spiel direkt auf den Kopf von Dybala. Der kriegt das sogar gewonnen irgendwie gegen Romagnoli. Keine Ahnung wie. Und Rafa nicht nur mit Vorlage, jetzt auch mit Tor. Oh, vor der Pause so mit das Ding gedreht. Plötzlich kommt diese Nummer 14 da wieder in die Ecke. Also vor dem Mann habe ich wirklich Angst. Eich, eich, eich. Dybala. Ganz hochstehende Abwehr von Rom mit einem Ball überspielt. Oh, Mois-Ken. Kriegt es dann nicht kontrolliert. Die Kontakte waren echt nicht gut. Und dann nimmt er nicht mal den Kontakt von Maximiano mit. Ja, damit haben wir zur Pause, wie es aussieht, das Ding hier erstmal wieder gedreht. Aber, naja, ein wirklich gutes Spiel ist es natürlich nicht. Vor allem, wenn du daran denkst, dass du hier heute gegen den 15. spielst. Erstmal ohne Veränderung geht es weiter im Durchgang 2. Aber klar, wir haben eine breite Bank. Und dass die heute gebraucht werden könnte, das hat, glaube ich, die erste Halbzeit gezeigt. Oh, Paul Pogba kämpft. Was ist das für ein Paul Pogba? Der kämpft um jeden Ball. Wahnsinn. Wahnsinn, wie gut er ist. Am eigenen 16er holt er den ersten Ballgewinn. Dann fahrt dann in seine Teamkollegen den ersten noch. Er holt ihn zurück. Und macht hier sein fünftes Saisontor in der Liga. Wahnsinn. Paul Pogba, ein ganz anderer Spieler seit der Sommerpause. Eigentlich seit der Verletzung. Er war ja zum Saisonfinale der letzten Saison verletzt. Und ist da zurückgekommen. Ja, wie ein ganz, ganz neuer Spieler. Neu erfunden im Alter von 32. Okay, ganz so alt ist er noch nicht. 31. Aber trotzdem, ist er eine geile Entwicklung. Und da seht ihr nochmal. Fünftes Tor im sechsten Ligaspiel. Dazu noch ein paar Vorlagen. Also es ist wirklich verrückt. Ja, und dann zur nächsten Folge. Das ganz, ganz große Spiel. Je nachdem, wie Inter parallel spielt, können wir in dem Spiel wieder Tabellenführer werden. Dafür braucht es heute aber eine Niederlage von der Nerazzurri. Pogba, jetzt erstmal hier mit diesem Ball von Moisken. Wilfried Gnonto jetzt einfach von der Bank gekommen bei Lazio. Das ist auch nicht so verkehrt, den jungen Italiener mal eben von der Bank bringen zu können. Mal gucken, ob er nochmal, ja, die Partie in Richtung von Lazio drehen kann. Aber gerade spielen nur wir. Und Gnonto setze ich jetzt hier auch gleich mal auf der Seite über Kostic durch. Dann ist Gatti irgendwie da. Aber Lazio hat noch nicht aufgegeben. Und noch sind ja auch 20 Minuten zu spielen. Boah, boah. Moisken. Moisken. Alter. Ja, wir könnten hier schon längst höher führen. Ach, jetzt gibt's rot, Digga. Ich hasse FIFA. Wieso gibt's... Mann, das ist so dumm. Ich will einfach ihn nur am Pass spielen. Um den Konter zu verhindern, will ich ihn hindern. Und ja, man kann auch B auf der Xbox, also die Zweikampf-Taste einfach drücken und ihm ein Trikot ziehen. Aber es ist so viel schwerer, als ihn einfach umzugrätschen. Und ja, ich kann halt nicht kontrollieren, wie er in ihn reinspringt. Und so wie er hier in ihn reinspringt, ist das eine rote Karte. Also es ist, ja, es geht in Ordnung. Aber es ist halt einfach dumm, weil das ist ja nicht die Intention dahinter gewesen. So, wir wechseln einmal komplett durch. Fünffach. Rovella rein. Boah, ich weiß gar nicht. Lucatelli rein. Chiesa rein. Cambiasso rein. Und wer ist noch reingekommen? Ein Innenverteidiger. Und zwar Joel Martip. Der hier auch gleich ganz schlecht aussieht. Rovella im Zentrum. Dann da. Ja, wir spielen jetzt ohne Stürmer. Nur mit Chiesa und Dybala. Und das scheint auch zu reichen. Denn Federico Chiesa kann jetzt alles klar machen. Let's go. 4-1. Wieder kämpfen wir uns rein. Wie schon beim Pogba-Tor. Eigentlich der Ball schon wieder weg. Aber wir holen ihn zurück und machen jetzt alles klar. Diese Nummer 14. Der hat wirklich einen Freifahrtschein. Ich weiß nicht, was er unseren Verteidigern vor dem Spiel angeboten hat. Dass irgendwie der Sohn von irgendeinem Scheich auf Saudi-Arabien ist oder so. Weil der muss unseren Verteidigern ja Geld geboten haben, dass sie ihn immer freistehen lassen. Das ist ja unfassbar. Der hat mehr Schüsse als unsere Offensivspieler zusammen. So, Bar geht nochmal hier vorbei. In der Nachspielzeit Chiesa noch mit dem Doppelpack. Ja, und dann siehst du halt doch, warum Lazio auf der 15 steht. Denn das ist auch nicht gerade gut verteidigt. Am Ende steht hier heute ein sehr, sehr deutlicher 5-2-1-Erfolg. Allerdings auch mit einer Rotsperre für Rafa. Dann im nächsten Spiel gegen Inter. Ist bitter, weil klar, den Mann nochmal von der Bank zu bringen, wenn es schlecht läuft zum Beginn der nächsten Folge, das wäre schön gewesen. Wir haben auch so Optionen. Ein Suley kannst du natürlich auch reinbringen. Oder ein E-Link Junior. Aber trotzdem, einfach unnötig. So, jetzt bin ich mal auf die Statistik von Romario Ricciardo da Silva gespannt. Schüsse 9 von 12. Der hatte 9 Schüsse alleine. Wir hatten insgesamt als Team 11 und Lazio insgesamt als Team 12. Er hatte einfach 9 Schüsse. Er hatte fast die Hälfte aller Schüsse. Oh, und Inter hat gepatzt. Die haben unentschieden gespielt. Das ist nice, weil so können wir tatsächlich in der nächsten Folge an ihn vorbeiziehen. Sasso Olocalcio steht auch in der nächsten Folge an. Die sind gerade Dritter. Also der Start der nächsten Folge wird richtig nice. Dann haben wir jetzt nochmal in dieser Folge Scouting-Berichte, die wir nochmal schnell durchgehen. Vielleicht hat er diesmal was dabei. Romano kann man auf jeden Fall mal mitnehmen für 500.000. Der sah ja sogar ganz ordentlich aus. Luca Machetti, absolutes Mega-Torhäuter-Talent. Der war richtig gut. Die beiden gucken wir uns dann jetzt noch an. Hier, Machetti 66. Gut, hätte ich sogar gedacht, dass er noch mehr Gesamtrating hat, weil er hatte einen Marktwert von 3,2 Millionen. Und Romano, ja, ganz okay, aber ein bisschen sehr klein. Für einen Innenverteidiger, klar. In Italien gibt es auch kleine Innenverteidiger manchmal, aber machen wir ihn lieber zum Linksverteidiger. Dann war es das für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch etwas gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Transfer-Vorschläge in die Kommentare. Der Winter ist jetzt ja auch gar nicht mehr weit weg, um ehrlich zu sein. Zwei Monate noch hier in der Karriere. Abo da lassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. In vier Tagen dürfte es weitergehen mit der nächsten Folge. Morgen kommt ein Transfer-Guide mit Real Madrid. Also dort gerne auch wieder einschalten. Jubelkarriere kommt und am Mittwoch würde dann die Formel-1-Karriere starten. Aber ihr werdet das schon mitbekommen. Wenn ihr ein Abo da lasst, habt ihr sowieso immer alle Infos. Und dann würde ich sagen, war es das von mir für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Macht es gut und ciao.